Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Aus welchem Grund genau bist du hier? Ich will mal in der Welt aufwachen, in der man weiter schlafen kann! Ja, nett hat der echt voll rechtes Arschkopf, diese schwulze Wacke, ich bin ehrlich, ich bin voll rechtes Sorge und sohn. Ja, nett hat der echt voll rechtes Arschkopf, diese schwulze Wacke, ich bin ehrlich, ich bin voll rechtes Sorge und sohn. Hey Hobbit, einmal Wasser mit Rum bitte. Um diese Uhrzeit? Stimmt, dann nur den Rum. Boah, der Song ist richtig schlecht, Leute. Wow, Jungs, Jungs, so funktioniert das doch nicht. Das ist nur aus dem guten alten Musikgeschmack geworden. Früher war einfach alles besser. Außer echt, ich war schon immer scheiße. Freundchen, Freundchen, früher war nicht alles so schlecht wie jetzt. Warte, mich zum Beispiel, die war gestern noch gut. Okay, Leute, wir versuchen den Song nochmal und diesmal richtig. Okay, Jungs, wir singen ein Vierfügel mit acht Takten, ich beginne im Auftakt und ihr steigt dann ein, also los. Ich stehe im Garten, hab nen Warten. Ich könnte ihn warten, will aber lieber noch warten. Also, Leute, ich muss euch ehrlich sagen, das war doch verdammt geil, oder nicht? Scheiße, weiß gar nicht. Verdammt. Ich bin ein Hobbit, Mensch. Das Reden ist ein Mist zusammen, dass wir es rein filmen, Leute. Wir in der Realität. Äh, doch, um genau zu sein, dass hast du hier ein Film. Da hinten steht Legolas mit der Kamera. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, sag mal, was du weißt. Warst du im verdammten Flugzeug? Ich mein, wo zum Teufel warst du die ganze Zeit, hä? Das ist eine Kerze. Eine sehr schöne Kerze. Ich habe aber mal gehört, dass Kerzen länger halten, wenn man sie nicht anzündet. Was haben Sie zuletzt genommen? Sind Sie auf Drogen? Sind Sie gerade auf Drogen? Wären Sie bereits einen Drogentest? Was haben Sie zuletzt genommen? 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 Das ist, glaube ich, die dümmste Frage, die ich hier gerade übernehmen will. Ich bin Batman. Sind Sie gerade auf Drogen? Was haben Sie zuletzt genommen? 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 Ne, 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 ne – Ne, 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 ne! Ja, 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 ja.